. 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 Auf außen ist Platz. Zieht einfach mal ab. Der Versuch war harmlos. Da ist jetzt Platz. Genki Haraguchi. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Er verhindert die Flanke. Jetzt ist der Ball doch weg. Leonardo Bittencourt. Ochs. Und jetzt Badstuber. Schindler. Jetzt Badstuber. Korb. Philippe Box. Leonardo Bittencourt. So hält man den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Der Ballverlust. Pass auf die Außenbahn. Schindler. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ochs. Touré. Max. Gregoritsch. Super Pass jetzt. Klasse Pass. Schöner Einsatz. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Der FC Augsburg wechselt aus. Ein neuer Mann kommt rein. Und ich bin gespannt, ob der neue Mann hier sofort reinfindet in diese Begegnung. Die Ecke kommt. Sie können nicht klären. Sie sind weiterhin in Bedrängnis. Die Gelegenheit für die Flanke. Und jetzt die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Er ist dann auch dran, aber es reicht nicht mehr. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Okay, das war's. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. Ja, und ich bin gespannt, wie das dann gleich auf dem Rasen aussehen wird. Auch in taktischer Himmel. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Auf dem Flügel ist jetzt Platz. Flanke kommt an den kurzen Pfosten. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Ball im Haus. Klasse Zweikampf. Einwurf jetzt. Max. Kedira. Gregoritsch. Ochs. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Der FC Augsburg wechselt aus. Ein neuer Mann kommt rein. Na, der neue Mann soll natürlich jetzt hier nochmal neue Ideen bringen. Leonardo Bittencourt. Philipp Box. Bart Stuber am Ball. Korb. Guter Ball nach draußen. Leonardo Bittencourt. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Der Ball ist immer aus. Es geht hier mit Abschluss weiter. Ja, gut gemacht bei diesem Block. Touré, Khedira. Das könnte die Chance werden. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Eine halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Das muss der Ausgleich sein. Der Ball kommt nicht durch, abgeblockt. Er geht in den Strafraum. Die Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Wahnsinn! Er kann hier kurz vor der Linie klären. Eine super Aktion, das hat er richtig gut gemacht. Gefährlich! Jetzt der Ballverlust. Die gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Waldemar Anton. Jetzt das Anspiel auf den Flügel. Gut gemacht da draußen. Die Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Der FC Augsburg wechselt aus, ein neuer Mann kommt rein. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt. Max. Korb. Super Aktion! Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. Bayer. Max. Und da ist der Ball erstmal wieder weg. Korb. Und Schweinsteiger. Füllkrug. Jetzt Badstuber. Ochs. Badstuber. Und hier diesen Pass, weg ist der Ball. Finbo-Gaston. Jetzt ist es gefährlich. Badstuber. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Na, jetzt müssen wir aufpassen. Leonardo Bittencourt. Die Chance auf den Konter. Ballverlust. Ja, kein guter Konter. So darf man es natürlich nicht machen. Haraguchi. Was macht er draus? Wir können nichts aus der Flanke machen. Felix Klaus. Bastian Schweinsteiger. Gregoritsch. Finnbo-Gaston. Tane Bayer. Genki-Araguchi. Jetzt können... Klasse zuspielen. Tane Bayer. Genki-Araguchi. Sie bekommen den Abstoß. Und jetzt gibt es hier noch gelb. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut gemacht. Richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Er trifft hier eindeutig den Gegenspieler. Das war ein klares Foul. Da lässt er dem Schiedsrichter wirklich keine andere Wahl. Auf geht's, er läuft, er läuft, er läuft, er läuft. Sieben. Auf geht's, er läuft, er läuft. Sieben. Waldemar Anton. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Aber ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Das war natürlich kein guter Pass. Füllcrew. Schöne Aktion. Gut dazwischen gegangen. Im eigenen 16er. Einwurf. Da tut sich was an der Seitenlinie. Wechsel bei Hannover 96. André Schürrle kommt rein. Sehr, sehr schneller Mann. Füllkrug. Korb. Macht er gut. Schweinsteiger jetzt am Ball. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Bastian Schweinsteiger. Korb. Bastian Schweinsteiger. Wird das eine Torchance? Und die Balleroberung, wichtig. Gut den Ball verteidigt. Leonardo Bittencourt. Chance auf den Ausgleich. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Da verlieren sie den Ball. Er ist da und kann den Ball hier klären. Kajubi. Max. Das könnte was werden. Schürrle jetzt. Unaufhaltsam. Hereingabe. Ball gewinnen. Hätte gefährlich werden können. Den klärt er. Philipp Box. Pass auf die Außenbahn. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Jetzt der Ballverlust. Jetzt hätte er Anspielstationen. Leonardo Bittencourt. Misslungener Pass. Da hat schon ein wenig die Präzision gefehlt. Bayer. Finn Bougaston. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Er passt ihn auf den Flügel. Und das ist der Ballverlust. So, die letzten 15 Minuten jetzt. Kedira. Auch da verlieren sie wieder den Ball. Gefährlich. Könnte der Ausgleich werden. Drei immer noch stehen sie da. Enorm unter Druck. Leonardo Bittencourt. Und Schürrle. Sebastian Schweinsteiger. Jetzt können sie vielleicht kontern. Konterschance erstmal vergeben, aber sie bleiben im Ballbesitz. Finn Bougaston. Danni Bayer. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ecke kommt rein. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Gut gearbeitet. Er hat den Ball. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Gregoritsch. Der Torwart ist da. Hechtet zum Ball. Und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Das zeichnet einen Klasse-Keeper aus. Ein echter Mütter. Ecke in die Mitte. Gute Parade bei diesem Eckball. Das könnte eine Gelegenheit werden. Gut den Ball verteidigt. Jetzt die Flanke. Was eine Chance, Latte. Nur der Aluminium-Treffers hat nicht viel gefehlt. Und sie hat den Vorspun weiter ausgebaut. Es bleibt bei der Knappe. Schönes, hohes Zuspiel jetzt. Jetzt der Vorstoß. Ball kommt. Da können sie klären. Und nun Basian Schweinsteiger. Felix Klaus. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Füllkrum. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Und Tor. Klasse Treffer. Gutes Timing. Den musst du erst mal so machen. Den macht er gut mit dem Kopf. Er springt im richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen. Wirklich. Präzise Hereingabe hier. Und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Da bin ich bei dir. Tolles Timing in der Luft. 1-1 wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmen. Guter Vorstoß. Kann was werden. Augsburg ganz geduldig. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Philipp Oks. Da ist Platz. Da gibt er zu Recht. Freistoß. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Macht er gut. Keine Gefahr. Die Flanken. Ein toller Versuch. Und der Ball fliegt auf den Querbalken. Jetzt kommt die Ecke. Ich glaube, das könnte es jetzt auch schon sein. Die verdiente Führung. Ja klar. Sie sind das bessere Team und dieses Tor musste irgendwann fallen. Und jetzt die Wiederholung des Treffers. Da kommt er mit dem Kopf dran. Die Ecke kam aber auch genau aus dem Punkt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genauer anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Aktuell der Spielstand. Jetzt also 2 zu 1. Oxford. Der Pass kommt nicht durch. Das wäre eine gute Gelegenheit geworden. Und jetzt gibt es ein Wurf. Philipp Box. Leonardo Bittencourt. Und jetzt Badstuber. Waldemar Anton. Er passt ihn auf den Flügel. Philipp Box. Gebt ein Wurf. Nun Badstuber. Jetzt das Anspiel aus dem Flügel. Hereingabe in die Mitte. Da kommt er raus und hält den Ball. Philipp Box. Badstuber. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Ethan Napadu. Kajubi. Rane Khedira. Die Augsburger wollen mehr. Sie wollen hier ein Tor und agieren jetzt mehr mit langen Bällen. Wie es aussieht, haben sie ihre bisherige Taktik. Fällt das Tor doch noch. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Auf geht's der Lauf, der Kämpfer auf die Siege. Auf geht's der Lauf, der Kämpfer auf die Siege. Auf geht's der Lauf, der Kämpfer auf die Siege. Auf geht's der Lauf, der Kämpfer auf die Siege. Haraguchi. Gregoric. Rane Khedira. Max. Fünf Minuten müssen sie jetzt noch durchhalten. Könnte doch noch einmal spannend werden. Die Fans wollen hier keine Nachspielzeit. Die wollen den Abpfiff. Herr Dauert faustet den Ball weg. Klasse. Und das ist natürlich jetzt der Ball wohl lust. Bayer. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Oxford. Haraguchi. Gute Aktion. Klasse Einsatz. Faires Tag wegen. Jetzt Schweinsteiger am Ball. Den Ball kann er abfangen. Michael Grigoritsch. Ja, könnte was werden. Rani Khedira. Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Korb. Waldemar Anton. Auf geht's! Philipp Box. Schweinsteiger. Leonardo Bittencourt. Korb. Felix Klaus. Ballverlust. Kajubi. Max. Ethan Napadu. Ah, schon wieder so ein Ballverlust. Schweinsteiger. Klasse Pass! Jetzt hat der Platz, jetzt muss er flanken. Und das gibt ein Wurf. Der Ball im Aus. Füllkrug. Ecke in die Mitte. Die Ecke kann er abwehren. Ausstieg. Es geht da oben. War's da schon? Nein, wie war's da schon? Ich hab mich gerade... Nein, ich hab... Also eigentlich will ich die Bilder sprechen lassen. Weil es ist... Es ist... Ich bin sowas ja gern. Ja, wo ich finde, und man geht es raus. Es geht. Leitner. 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 Kein Tor. Der Torhüter ist da. Sebastian Schweinsteiger. Schweinsteiger. Super gemacht vom Torwart. Auf außen ist jetzt Platz. Felix Klaus. Da ist er noch dran und drückt den Ball über das Tor. Genki Haraguchi. Die Gelegenheit für die Flanke. Und jetzt die Chance. Da ist er drin. Ein tolles Tor. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Gregoritsch. Der Torwart ist da. Hechtet zum Ball. Und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend. Felix Klaus. Jetzt könnte er die Flanke reinschlagen. Der Ball ist drin. Super Timing per Kopf. Und Tor. Klasse Treffer. Gutes. Jetzt kommt die Ecke. Ich glaube, das könnte es jetzt auch schon sein. Die verdiente Führung. Ja klar. Sie sind das bessere Team und dieses Tor muss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.